Konnichiwa Minasan! Bevor es mit der Probelektion zu meinem neuesten Online-Kurs losgeht, wollte ich euch darüber informieren, dass ab jetzt für ungefähr vier Tage alle meine Online-Kurse im Sonderangebot Rabatt sind. Einfach über den Link in der Videobeschreibung gehen, dann wird der Rabattcode direkt angewendet und ihr seht auch direkt den rabattierten Preis. Teilweise über 50% Rabatt, lohnt sich also auf jeden Fall. Falls da irgendwas für euch dabei ist, schaut gerne mal rein. Hiragana Katakana, es gibt einen Kanji-Kurs, es gibt jetzt den neuesten Kurs, in dem man japanische Sätze analysiert, übersetzt und besser verstehen kann. Also eine Menge an Kursen da. Auch ein Kurs für Fortgeschrittene zum Unterschied zwischen Wa und Ga. Das ist nämlich nicht immer ganz einfach, wie ihr wahrscheinlich wisst, wenn ihr Japanisch lernt, kommt da jetzt ein Wa hin, kommt da ein Ga hin. Man weiß es oft nicht. Ich habe einen Kurs gemacht, in dem alle Fälle abgedeckt werden. Also schaut da gerne vorbei. Rabattlink in der Videobeschreibung für ungefähr 4 Tage. Super Sonderrabatt. Und jetzt direkt rein in die Probelektion, damit ihr einen Einblick darin gewinnen könnt, wie es denn in dem neuen Kurs so vermittelt wird. Das Wissen und wie wir die Sätze analysieren und alles. Also es ist ein guter Einblick in den Kurs, würde ich sagen. Viel Spaß und Erfolg beim Japanisch lernen. Weiter direkt mit Lektion 17. Da hätten wir Tanaka-san wa ima denwao shi teimasu. Hier haben wir shi teimasu am Ende, was erstmal wieder heißt, okay, es handelt sich hier um den Zustand oder dass jemand gerade in diesem Augenblick etwas macht. Und das sehen wir hier in diesem Satz auch zum ersten Mal innerhalb des Kurses. Was wird gemacht? Denwa. Denwa heißt telefonieren. Das heißt, denwao shi teimasu ist telefonieren. Wer macht das? Herr oder Frau Tanaka. Machen wir zur Vereinfachung mal Herr Tanaka hier. Und zwar immer. Also jetzt. Wir hätten also in der Übersetzung, Herr Tanaka telefoniert gerade. Hier sehen wir zum Beispiel dafür, dass demas auch verwendet wird, wenn man sieht, dass jemand gerade in diesem Augenblick etwas macht. Kann aber auch verwendet werden, um den Zustand anzugeben. Beziehungsweise ist das hier ja auch mehr oder weniger ein Zustand. Also wenn er gerade telefoniert, ist der Zustand ja, dass er gerade telefoniert. Also das ist auch wichtig. Shi teimasu kann also auch heißen, dass gerade jemand, wenn man ihn beobachtet, diese Handlung ausführt. Dann haben wir hier sumimasenga shogao totte kudasai. Totte kudasai hatten wir in einem Satz in den vorherigen Lektionen auch schon mal so ein bisschen. Also da hatte ich das schon mal angesprochen. Totte kudasai heißt, reichen Sie mir bitte. Ganz wortwörtlich heißt es nehmen. Das würde aber nicht so viel Sinn ergeben, denn wenn wir hier gucken, um was geht es? Dann geht es um Shoga. Das ist Ingwer. Also nehmen Sie bitte den Ingwer. Und dann haben wir am Anfang noch sumimasenga. Also entschuldigen Sie, nehmen Sie bitte den Ingwer. Das würde wenig Sinn machen, wenn man das irgendwem sagt. Oh ja, nimm mal den Ingwer. Einfach so. Sondern was man damit meint auf Japanisch ist, reichen Sie mir den bitte. Geben Sie mir bitte den Ingwer. Das drückt man auf Japanisch eben aus mit diesem totte kudasai. Das heißt, wir würden hier raus machen, entschuldigen Sie bitte. Könnten Sie mir bitte den Ingwer reichen. Beziehungsweise das Bitte hier am Anfang, das kann man auch theoretisch weglassen, wenn wir es hinten schon haben. Also entschuldigen Sie, könnten Sie mir bitte den Ingwer reichen. Das steckt da eben hinter. Sowas wie könnte, das finden wir im japanischen Satz jetzt gar nicht. Aber wenn man das auf Deutsch schön machen möchte, dann macht man das eben so. Man nimmt sich bei der Übersetzung halt oft so ein bisschen mehr Freiheit. Und es ist nur wichtig für diesen Kurs und mir zumindest, dass ihr versteht, was ist mit den japanischen Sätzen gemeint. Eine komplett wortwörtliche Übersetzung ist auch oft einfach nicht so dienlich, weil es dann ganz komisch wird. Also ihr wisst, dass damit gemeint ist. Bitte geben Sie mir den Ingwer. Und das ist eigentlich das Wichtige. Dann haben wir Das hatten wir von der grammatikalischen Konstruktion her auch schon mal in dem einen oder anderen Satz. Wir haben hier erstmal am Ende Da haben wir wieder dieses Das heißt, wo darf man es? Also dort drüben dürfen Sie rauchen. Aber Hier haben wir das GAR. Also im vorherigen Satz Hier, wo ich gerade bin Und das WAH haben wir jetzt hier mit dem D in Verbindung, um das Ganze nochmal zu verstärken. Also hier Ort der Handlung. Tabako Also rauchen. Tabako ist Tabak, wenn man so will. Oder Zigaretten kann man das auch übersetzen. Wenn Sie hier rauchen, geht das nicht. Ist nicht in Ordnung. Beziehungsweise Sie dürfen hier nicht rauchen. Es ist verboten hier zu rauchen. Aber Aber da drüben, da dürfen Sie das tun. Und hier haben wir wieder dieses vergleichende WAH. An diesem Ort hier ist es nicht erlaubt, aber da drüben schon. Deswegen haben wir hier einmal das WAH und hier auch einmal das WAH. Das hatten wir auch schon mal in einer der letzten Lektionen. Hier ist es verboten zu rauchen. Aber dort drüben darf man rauchen. Genau. Das ist so, wie man den Satz übersetzen würde. Wie gesagt, man muss nicht immer alles... Also wenn ihr das ein bisschen in abgewandelter Form habt, übersetzt, aber ihr habt vom Inhalt her das Gleiche, dann ist es auch vollkommen okay. So, dann gehen wir in den vorletzten Satz dieser Lektion. Hier haben wir Uddeimas. Udimas heißt verkaufen und Uddeimas gibt uns an, okay, ein Zustand, heißt auf Deutsch, würde man daraus machen, wird verkauft. Was wird denn verkauft? Sakana ga taksan. Taksan heißt viel und Sakana ist der Fisch. Jetzt werdet ihr euch vielleicht denken, okay, aber ist es nicht so, dass bei Verben das, was verkauft wird oder das, was man kauft oder sonst irgendwas, in der Regel nicht mit einem O gekennzeichnet wird? Warum haben wir jetzt hier ein GAH? Das ist der Fall, weil es sich um einen Zustand handelt. Wenn wir dieses Uddeimas haben und es ein Zustand ist im Sinne von verkauft werden, dann verwendet man das GAH in diesem Fall. Also Sakana ga Uddeimas. Aber wenn du jetzt sagst, ich verkaufe nächste Woche an meinem Stand Fisch, dann würde man sagen, ne, Boku wa Sakana o Udimas. Ne, dann würde man nicht dieses Teimas verwenden, sondern Udimas, also O Udimas. Das ist also ganz wichtig, hier bei dem Zustand haben wir das GAH, also es wird Fisch verkauft und zwar viel Fisch, aber wo denn eigentlich? Nihon no Tsupade. Ne, hier haben wir das D wieder, vor dem D steht eine Ortsangabe, der Supermarkt, was ist das für ein Supermarkt? Ein japanischer. Das heißt, wir können insgesamt aus dem Satz machen, in japanischen Supermärkten wird viel Fisch verkauft. Das ist so ein allgemein gehaltener Satz. In japanischen Supermärkten wird viel Fisch verkauft. Und dann haben wir hier noch einen Satz und zwar Hier haben wir wieder ein K am Ende, das heißt eine Frage, wir haben dieses Tometemo-i, dieses Temo-i wieder, also darf man, darf ich in diesem Fall hier, weil wir haben kein Satzthema, also gehen wir davon aus, dass das Satzthema ich ist. Und Tometo heißt abstellen. Was abstellen? Kuruma, also ein Auto. Und wo abstellen, da haben wir jetzt wieder das Ni, ne? Und diesmal haben wir Ie no Mai, also Mai heißt vor, vor was? Vor dem Haus, Ni. Und jetzt haben wir wieder dieses, ne, wie mit dem Heidimas, wenn man in ein Geschäft hineingeht oder wie mit dem, als wir das hatten, dass man den Namen auf ein Blatt Papier schreiben muss. Mit dem Auto ist es genauso. Das Auto stellt man ja irgendwo ab und das Abstellen ist auch so eine Art Bewegung, könnte man sagen. Man stellt es da hin und deswegen haben wir hier auch wieder ein Ni für den Ort, wo wir es hinstellen. Ja, und da würden wir dann also das Ganze draus machen, darf ich das Auto vor dem Haus parken, ja? Also Tomete Moideska, ist das in Ordnung, wenn ich das vor dem Haus parke? Selbst wenn ich es vor dem Haus parke, ist es in Ordnung, so könnte man auch sagen. Und damit kann man also fragen, ob man den Parkplatz nutzen darf. Ja, das war's von dieser Lektion und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten wieder.